Hallo, hier ist Marc Irwin, Gründer und Präsident des Dienstes von From Faith to Faith to the Nations. Und ich bitte dich, ein Partner mit uns zu werden. Deine Partnerschaft auf monatlicher Basis hilft uns, in die Nationen zu gehen, überall in der Welt. Wir sehen Menschenmengen errettet, und geheilt, und Gott bewegt sich in mächtiger Art und Weise. Die Türen öffnen sich weiterhin, und jetzt starten wir Grundlagenbibelschulen, aber es braucht Finanzen, um durch all diese Türen zu gehen. Und das ist es, was dein monatliches Geben tut. Wenn du also Partner mit uns werden möchtest, dann geh auf den Link, der auf dem Bildschirm gezeigt wird. Und ich möchte dir ganz persönlich Danke sagen für deine Unterstützung. Herr, Vater, in dem mächtigen Namen Jesus, danken wir dir so sehr für das, was du für uns hast, was du sagen möchtest, was du tun möchtest. Und Jesus, du hast gesagt, dass wir die Wahrheit wissen und die Wahrheit uns freimacht. Und so danken wir dir dafür, dein Wort, Vater, das uns in unserem Leben Freiheit bringt von den Werken des Teufels, und was uns triumphieren lässt, was Glauben hervorbringt. Und dass all die Versprechen, die du gegeben hast, Vater, all diese Verheißungen, dass sie sich erfüllen. Das ist es, was wir beten. In dem Namen Jesus. Amen. Wie gesagt, ihr könnt heute Abend eure Bibel aufschlagen. Ich werde heute Abend über etwas lernen und ich weiß noch nicht, wie lange das gehen wird. Ihr wisst ja mittlerweile, wie das hier so ist. Manchmal fangen wir etwas an und dann haben wir anfänglich noch keine Ahnung, wo das hinführt und wie lange das andauert. Und vielleicht mag es ein oder zwei Einheiten geben oder vielleicht wird es auch noch eine längere Zeit. Ich glaube aber definitiv, dass es etwas ist, was uns allen helfen wird. Und ich glaube, dass es auch etwas ist, was wir alle schon erlebt haben. Tatsächlich weiß ich, dass wir es haben. Und ich glaube, dass wir hiermit ganz viele Antworten und Lösungen bekommen. Und ich möchte über die Art und Weise reden, wie der Teufel agiert. Wie wir sozusagen an den Punkt kommen, wo wir fallen. Und falls wir in diese Falle tappen, dass wir fallen. Was uns ja allen schon gelegentlich passiert ist. Aber dann geht es um die Frage, wie erholen wir uns wieder davon. Und dann, wie wir es vermeiden, wieder in diese selbe Falle nochmals zu tappen. Und, you know, geistig haben wir keine Probleme. Keine. Denn ihr seid eine neue Schöpfung geworden. Und geistig gesehen ist jedes Problem erledigt worden. Und geistig ist auch immer die Art und Weise der Lösung. Es ist die Antwort, die Lösung für den gesamten Wandel. Es ist die Lösung dafür, wie man nicht in die Falle tappt und fällt. Und es ist genauso aber auch die Lösung dafür, falls wir mal gefallen sind und die Falle zugeschnappt hat, wie wir wieder daraus hervorkommen und das vermeiden, nochmal reinzukommen. Und dann wirklich vorwärts zu gehen. Und wirklich lernen. Wir können von unseren eigenen Fehlern lernen. Wir können von anderen Fehlern lernen. Wir können von den Fehlern anderer lernen. Und das ist gut so. Und seid ihr nicht froh um die Gnade und die Barmherzigkeit des Herrn? Und die Gnade und die Barmherzigkeit des Herrn, sie sind da, um wirklich zu wirken. Aber wir sollten auch an der Stelle sein, wo die Gnade und die Barmherzigkeit auch tatsächlich wirken können. Und das wollen wir uns heute anschauen. Geht mal zunächst in erstes Buch Mose, Kapitel 3. Und als Paulus der Gemeinde in Korinth schrieb, da hat er eine Angelegenheit in der Gemeinde konfrontiert, wo ein Mann war, der mit seiner Schwiegermutter Sex hatte, was wirklich eine ganz, ganz ernste Angelegenheit, weil nicht nur allein, dass er das gemacht hat, sondern dass alle anderen auch wussten davon und damit noch angegeben haben und gesagt haben, schaut euch an, was hier los ist. Und Paulus hat das konfrontiert und dann war schließlich und endlich eine wirkliche Umkehr, echtes Bußetun. Und dann hat Paulus der Gemeinde wiedergeschrieben und er hat dabei davon gesprochen, wie der Teufel agiert, wenn wir nicht aufpassen. Er hat geschrieben, wir sind nicht unwissend bezüglich der Fallstricke des Teufels, des Feindes. Und wisst ihr, um Sieg zu haben, dazu müssen wir auch Bescheid wissen, wie unser Feind agiert. Und Gottes Wort ist sehr klar darüber, wie der Teufel ans Werk geht. Und wenn wir das wissen, hilft es uns, diese Fallen zu vermeiden. Und falls wir mal reingetappt sind, dass wir da wieder rauskommen. Lass uns also mal zunächst in erstes Buch Mose Kapitel 3 reinschauen. Und wisst ihr, in erster Mose 1 und 2 da sind alle Dinge noch großartig. Ich meine, die Erde ist von Neuem geschaffen worden. Sie ist wunderbar gewesen. Und der Mensch ist mitten rein in dieses Paradies gesetzt worden. Die Bäume, die Berge, all die Gewässer sind alle wunderschön. Da ist vollkommen perfektes Wetter. Da gibt es keinerlei Sorgen. Alles war perfekt. Bis hin zu Kapitel 3. Und in Kapitel 3 geht alles eine ganz andere Richtung. Und das dahinterliegende Prinzip von Kapitel 3 ist immer und immer wieder dasselbe. Das ist die Art und Weise, wie der Teufel ans Werk geht. Tatsächlich der Name Teufel alleine an und für sich bedeutet zuschlagen schlag um schlag durch Gedanken bis zum Durchbruch bis zum Durchbruch. Es ist so wie ein Baukran mit einer Abrissbirne der Schlag um Schlag zuschlägt. Aber für uns als Glaubende müssen wir zurückschlagen. Und unser Schlag ist stärker als seiner, wenn wir mit dem Wort zuschlagen. Also wenn er schlägt mit Lügen und Falschinformationen aber du zurückkommst und mit dem Wort reagierst. Und deshalb ist der Teufel auch drauf und dran um das Wort zu rauben weil er genau weiß wenn du mit dem Wort gegen ihn ankommst hat er keine Chance dagegen. Er kann in deinem Leben nicht gewinnen gegen dieses Wort. Die einzige Gelegenheit die er hat und die sich ihm bieten kann ist wenn er ans Wort rankommt um es dir zu entreißen. Und wenn er es schafft dich aus dem Wandel des Geistes rauszureißen und dich in den Bereich des Fleisches zu bekommen. Und da gibt es eine Zeit wo wir Leute auch tragen können dann gibt es aber auch die Zeit wo jeder wirklich aufwachsen muss. Und wir gebrauchen im Erwachsenwerden dieses Wort denn das ist das Schwert das ist unser Schwert es ist das Licht deines Lebens es ist die Stärke und die Kraft deines Lebens es ist der Glaube aber ich möchte dass ihr das seht und es wird dir helfen es wird uns allen helfen es hilft mir und es heißt hier und nebenbei bemerkt letzte Woche hat Reverend Raffaela was angefangen und vielleicht wird sie auch darauf wieder zurückkommen aber es heißt hier im Vers 1 und wir haben uns nicht abgesprochen oder auch besprochen bezüglich dessen was wir als Lehre bringen sie macht ihrs und ich mache meins aber schaut euch jedenfalls Vers 1 an da heißt es aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes die Gott daher gemacht hatte und denke ja nicht was viele Leute sagen ja der dumme Teufel der keine Ahnung hat das ist nicht das was die Bibel sagt die Bibel sagt ganz klar dass er listig ist im Jakobusbrief da heißt sogar dass der Teufel Weisheit besitzt geht mal in Jakobus 3 rein schaut euch dort Vers 13 an die Frage ist hier allerdings dabei was für eine Art Weisheit hier heißt im Vers 13 wer ist weise und verständig unter euch hier ist also die Rede von einem weisen Menschen der in der Weisheit Gottes unterwegs ist der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit die aus der Weisheit kommt wenn ihr aber bittere Neid und Selbstzucht in eurem Herzen habt so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit das ist nicht die Weisheit Gottes die von oben kommt sondern eine irdische seelische ja und im Deutschen heißt es dämonische bemerkt ihr also dass es auf der einen Seite Weisheit Gottes gibt da gibt es auf der anderen Seite die Weisheit des Teufels da gibt es die Anwendung des Wortes Gottes was seine Natur und seinen Charakter widerspiegelt die Art und Weise wie er Dinge angeht und auf der anderen Seite wie der Teufel die Sachen anpackt und zwar genau das Gegenteil davon tatsächlich gibt es im Englischen ein Wort was so viel wie verdreht bedeutet und bei meinem Opa gab es einen Stuhl der so gemacht war und er hat solche Art Stühle immer auch repariert und die sind die wurden genannt die ich weiß nicht wie man das ja im Deutschen sind es halt Flechtstühle Korb geflochtener Korbstühle also die die sind so gestrickt dass sie eben ja verschlungen verdreht sind und das ist es was dieses Wort verdreht bedeutet ja im Deutschen haben wir nur ein Wort also und da kommt man auch hin wenn es um Wahrheit geht dass es nämlich auch verdrehte Wahrheit gibt hier also da finden wir heraus dass es auch Weisheit gibt und zwar die Art des Teufels so wie er eben listig ist und das kommt nicht von oben lasst uns lasst uns damit zurückgehen in das erste Buch Mose 3 ja also nochmal ja also nochmal Vers 1 da heißt es aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes die Gott der Herr gemacht hatte Nun wie geht er ans Werk wie hat der Feind agiert dass er es geschafft hat Adam und Eva zum Fall zu bringen ich weiß nicht wie es euch geht aber vielleicht hat der eine oder andere mal auch diesen Gedanken gehabt wo er am liebsten gesagt hätte Mensch Adam warum hast du das bloß gemacht hattet ihr jemals solche Gedanken wo ihr vielleicht auch gesagt habt Mann Eva warum hast du das gemacht Nun der Punkt ist wir alle haben dasselbe getan nun Gott sei Dank dieser alte Mensch ist gestorben aber dieser alte Mensch der gestorben ist hat genau dasselbe getan was auch Adam tat alle haben ihm gesündigt und haben die Herrlichkeit des Herrn verfehlt und seid ihr nicht froh um das Erbarmen und die Gnade Gottes die uns rausgeholt hat aus unserem gefallenen Zustand aber wie ist das gegangen wie ist das zugegangen und wenn du oder seitdem du von neuem geboren bist stehst du in Beziehung mit Gott aber der Teufel will dann auf den Plan kommen und die Gemeinschaft zerstören dich wegzukriegen vom Wandel des Geistes hinein in den Wandel des Fleisches versteht ihr und deshalb heißt es auch im Markus Evangelium Kapitel 4 dass er kommt um das Wort zu stehlen und das ist exakt dasselbe was er auch hier bei Adam gemacht hat er hat danach Ausschau gehalten wie er das Wort stehlen kann wie kann ich sie dazu bringen das Wort in Frage zu stellen wie kann ich sie dazu bringen zu denken dass das Wort eben nicht so ist wie es sich darstellt oder wie kann ich sie dazu bringen bezüglich des Wortes anders zu denken als Gott eben darüber denkt wie kann ich von ihnen das wegnehmen das Gott eben gesagt hat genau dasselbe auch bei der Versuchung Jesu in der Wüste wo der Feind aufkreuzte und ihn versuchte wo der Teufel das Wort in Frage stellte und erinnert euch an die Reaktion Jesu er hat geantwortet mit es steht geschrieben schaut euch also an was er macht es heißt und er sagte zu der Frau ähm jä hath God said ähm Genesis 3 Vers 1 äh ich muss schauen wo das hier bei mir steht ach so genau und dann dann weiter Vers 1 und sie sprach zu der Frau sollte Gott wirklich gesagt haben also ganz automatisch stimmt das echt dass es das Wort Gottes so sagt ist die Bibel wirklich wahr weißt du ohne Offenbarung wirst du keinerlei Sieg haben ohne dieses Wort Gottes in deinem Leben wirst du nicht im Geist wandeln du wirst überhaupt nicht wissen können wie du unterscheiden kannst zwischen dem was gut ist und was übel ist ähm das hier äh sorry the last word denn das hier ist dein Fundament und alle Informationen die auf dich einprasselt ganz egal ob in der Schule oder auf deiner Arbeitsstelle übers Fernsehen im Radio durch Gedanken alles wirklich alles muss gefiltert werden durch das was das Wort sagt das hat mir persönlich selbst geholfen als mir in der Schule gesagt wurde dass ich vom Affen her komme versteht ihr das ich meine die Bibel ist wirklich voll mit Mathematik und selbst wenn sie die Raumschiffe ins Weltall jagen gehen sie gemäß den Schriften vor wo sie berechnen und wo sie auch das kalkuliert haben wo die Sonne still stand also die Bibel ist das beste Geschichtsbuch ein wirklich erstaunlich prophetisches Buch das ist die absolute die wirklich durch und durch ganz und gar absolute Wahrheit und wenn du der Bibel glaubst dann können wir dir helfen wenn du es nicht glaubst dann gibt es nichts mehr was wir für dich tun können und genau das ist es was der Teufel macht er legt alles drauf und dran dass er dir das Wort wirklich wegnimmt und selbst wenn es mal in das Herz eines Menschen reingekommen ist dass er es wieder rausreißt und er will es entreißen durch das Infragestellen hat er wirklich gesagt dass ich geheilt worden bin wenn die Symptome eine ganz andere Sprache sprechen hat er wirklich gesagt dass ich eine gesunde Gesinnung habe wenn Angst versucht mein ganzes Leben zu beherrschen hat er wirklich gesagt dass ich ein geheiltes Herz haben kann ein ganz neues Herz einen ganz neuen Lebensweg einen Neuanfang hat er wirklich gesagt versteht er was ich meine das sind Dinge durch die wir täglich durchgehen Informationen strömen ein Informationen gehen Informationen werden entweder angenommen oder abgelehnt angenommen oder abgelehnt es geht immer darum die Wahrheit anzunehmen und das Gegenteilige abzulehnen und wenn du Wahrheit annimmst vom Wort her dann mach dich das frei Halleluja das setzt dich wirklich frei und ich rede jetzt nicht dabei davon dass es sich freisetzt für deinen Lebenswandel im Fleisch weiter zu bleiben sondern genau das Gegenteil davon dich in diese Freiheit zu führen von der Herrschaft des Fleisches denn das Problem das wir haben ist unser eigenes Fleisch und der Teufel es ist nicht immer der Teufel und es ist nicht immer das Fleisch aber beide können ganz ganz viele Probleme kreieren es bedeutet jetzt nicht dass dein Körper an und für sich schlecht und übel wäre aber er beherbergt eine Natur die immer im Gegenteil zum Wesen Gottes und seinem Wort dich in eine andere Richtung ziehen will und deshalb hat Paulus auch gesagt und geschrieben ich bezwinge meinen Leib er redet dabei davon aus dem Geist heraus zu herrschen Amen also sag deinem Nachbarn mal du hast Sieg Halleluja Amen Haltet mal euren Finger da rein wir werden darauf zurückkommen lasst uns aber mal reingehen jetzt zunächst in Markus 4 und vor ein paar Wochen haben wir daraus euch eine kurze Botschaft gegeben aber ich möchte dass wir das mal anschauen und zwar Markus Evangelium Kapitel 4 Vers 14 da steht der Sämann säht das Wort nun so wie die Weizenbauern auch den Weizensamen ausstreuen die am Weg aber sind die bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es gehört haben kommt sogleich der Satan wonach jagt er er jagt nach der Wahrheit er hält Ausschau nach dem Wort weil er nicht will dass dieses Wort in dein Herz reinkommt um dann in deinem Leben auch wirklich zu wirken versteht ihr das deshalb bekämpft er es so arg denn ich sag euch was wir haben es erwählt wir haben es erwählt dieses Wort zu lernen zu lernen zu lernen und zu lernen und denkt über die Errettungen und die Heilungen und die Wunder und all diese Dinge nach und wisst ihr Robert hat uns neulich daran erinnert als er sagte vergesst nicht was letztes Jahr in Malawi geschehen ist dieses Wort und die Kraft des Geistes Gottes hat eine ganze Erweckung ausgerufen oder gestartet im Land Halleluja und hat Stammesoberhaupt freigesetzt die in okkulten in okkulten Praktiken wirklich unschuldige Frauen am Altar Satans geopfert haben als Menschenopfer versteht ihr also wir haben also sozusagen buchstäblich ganz viel rumgestochert in den Hornissen Nestern und wir werden es auch weiter so machen Halleluja wir werden es weiter so machen wir werden dieses Wort weiter lernen und predigen wir sehen Leute errettet getauft im Heiligen Geist geheilt und befreit und am Sonntag werden wir Wassertaufe haben Halleluja Amen aber versteht ihr hier wir müssen uns klar machen und bewusst werden was hier los ist das Zeug ist echt Halleluja es heißt kommt 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 sogleich das Satan und nimmt das Wort weg das in ihre Herzen gesät worden ist und gleicherweise wo auf steinigem Boden gesät wurde das sind die welche das Wort wenn sie es hören sogleich mit Freude aufnehmen aber sie haben keine Wurzel in sich du solltest das Wort so in dich hineinbekommen dass der Teufel nicht mehr rankommt um es rauszureißen Halleluja Amen Amen und es spielt keine Rolle was du auch auffährst an Beispielen wo du gehört hast dass dieser und jener das Wort genommen hat geglaubt gebetet hat und was auch immer und es anscheinend nicht funktioniert hat aber wenn du das auch nur im Entferntesten annimmst dann machst du selber dich zum Ankläger Gottes wo du ihm ins Gesicht sagst dass er ein Lügner sei weil sein Wort nicht funktioniert sein Wort funktioniert immer und du weißt nicht Bescheid über all die Vorkommnisse im Leben von den Personen um die es geht verstehst du du hast keinen Überblick über all die einzelnen Details was wirklich los war Leute können alle möglichen Schauspiele vorführen ich kann mich erinnern da war der Fall einer Frau die immer jedem gesagt hat wisst ihr ich bin ja geheilt 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 und ich war dann mal auf meinem Weg zu ihr ins Krankenhaus und der Herr hat mir gesagt sie will zu mir kommen und bei mir sein und sie hat bereits die Planungen in die Wege geleitet sie war schon eine ältere Dame sie ist angegriffen worden mit einer tödlichen Krankheit und das ist schrecklich aber sie wollte nicht mehr dagegen kämpfen sie hat einfach nur eine vorgetäuschte Kulisse aufgebaut vor den Augen all der die um sie waren und als ich zu ihr reinkam hat sie angefangen genau dasselbe runterzuleiern aber ich habe auf meinem Weg zu ihr ein Wort vom Herrn empfangen und so sagte ich schließlich zu dieser Frau bitte hör auf damit und ich wusste das reden war vom Herrn ich sagte zu ihr der Herr hat zu mir auf den Weg gesprochen dass du eigentlich gehen möchtest und sie sagte ja und sie hat gesagt tatsächlich habe ich mich gestern Abend mit meiner gesamten Familie getroffen und wir haben die Beerdigung durchgeplant sie sagte du hast vollkommen recht ich will einfach gehen ich habe meinem Ehemann das gesagt ich habe es meiner ganzen Familie gesteckt und ich sagte es okay wenn du das tun willst dann ist das okay manche Leute wollen eben nicht kämpfen ist das richtig so nein bringt das Gottes Wort in Misskredit nein der Teufel hat trotzdem verloren weil sie im Himmel ist preist dem Herrn sie war eine ältere Dame sie hätte nicht in diese Art und Weise gehen müssen aber seht ihr was ich meine wenn du andauernd immer nur alles ergründen und ergrübeln willst dann begibst du dich auf gefährliches Terrain denn du wirst nicht immer alles herausfinden was wirklich los war oder los ist und deshalb musst du immer drauf zurück gehen was sagt Gottes Wort und du wirst am Anfang und das verspreche ich dir nicht immer alle Antworten haben wie es mir mal gegangen ist und wie es auch von anderen schon gehört habe dass man plötzlich etwas gesehen hat was einem dann klar geworden ist was ein Problem gelöst hat was vielleicht 30 40 Jahre lang auf Lösung wartete und plötzlich konnte man es sehen was die Lösung ist Halleluja Kriegt ihr heute hier was hier heißt heißt also noch mal und gleich weise wo auf steinigem Boden gesät wurde das sind die welche das wort wenn sie es hören zugleich mit Freuden aufnehmen aber sie haben keine Wurzel in sich sondern sind wetterwändisch später, wenn Bedrängnis ja, wo sie halt durch Herausforderungen gehen oder Verfolgung entsteht. Ja, es wird die Fälle geben, wo Leute auf dich zukommen, dich arg bedrängen, alles in Frage stellen und dich wirklich in die Ecke drängen und dich verfolgen. Paulus hat das auch dem Timotheus geschrieben, dass die Bedrängnisse der Gerechten wirklich viel sind, aber der Herr befreit sie aus allen. Die Frage ist, auf welcher Seite stehen wir? Wenn wir am Wort bleiben, stehen wir auf der richtigen Seite. Ach so, deshalb ist es in unserem Leben so, dass wir entweder im Stolz hängen bleiben oder wir wirklich wahrhaftig umkehren und echt Buße tun. wenn wir mit dem Wort gehen und manchmal müssen wir wirklich umkehren und uns echt dafür entscheiden, das Wort zu tun. Oder wir sehen es zwar im Wort und verwandeln uns aber nicht. Und das ist der Bereich, wo man im Stolz steckt. Versteht ihr den Unterschied? Also wir müssen echt aufpassen auf diese Dinge. Denn er jagt ja danach, dich zu stoppen, indem er dir das Wort entreißt. Indem er dir das wegnimmt, was Gott dir gegeben hat. Es heißt, wo um des Wortes willen, dass alles entsteht und dann nehmen sie sogleich Anstoß. Und das ist exakt die Strategie, die der Teufel verfolgt. Wo er versucht, dich irgendwie dazu zu bringen, Anstoß zu nehmen. Beleidigt zu werden, wo er dir das Wort dann raubt. Vers 18 Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und dann heißt es Aber die Sorgen dieser Weltzeit Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man sich Sorgen machen kann. Versteht ihr das? Da gibt es alles Mögliche, wenn du wirklich willst, dass du dir da echt Sorgen machen könntest. Und deshalb ist es gut, ein wirkliches prophetisches Fundament zu haben. Weil du ganz genau weißt, dass die Bibel klar davon spricht, dass das alles passieren wird. Genauso aber auch, dass Jesus sagte, wenn ihr das passieren seht, macht euch nicht in die Hosen sozusagen. Und so müsst ihr dieser Angst widerstehen. Und wie machst du das? Du bringst dieses Wort wieder zurück ins Spiel. Halleluja! Du lässt nicht zu, dass der Teufel es erstickt. ersticken. Das ist kein sofortiger Tod, sondern es ist stückchenweise, immer enger, bis zum letzten Atemzug. Und das will er tun. mit allen möglichen Arten von Gedanken der Sorgen. Und das Wort sagt aber, dass wir unsere Sorgen auf den Herrn werfen sollen. Und Paulus sagte das. Er musste die Sorgen um die Gemeinde auf den Herrn werfen. Und er musste auch die Sorgen in seinem ganz eigenen Privaten auf den Herrn werfen. Es war konstant, ich verlasse es dir, ich verlasse es dir, ich verlasse es dir, ich verlasse es dir, Es war konstant, immer dasselbe, ich werfe das alles auf dich, worum ich mir Sorgen mache, ich vertraue dir, ich überlasse es dir, ich verlasse es dir, oder der Betrug des Reichtums und das ist eine andere Strategie, wie der Teufel ans Wehr geht. Hey! Und es raubt deine Zeit. Es ist was Gutes. Und wisst ihr, ich erinnere mich, und es war vielleicht vor einem Jahr oder so gewesen. Man, da war eine Person, die ist wirklich vorwärts gegangen. Richtig vorwärts. Und ich habe das echt gesehen, von neuem geboren, die Taufe im Heiligen Geist empfangen und wirklich vorwärts gegangen. wirklich aus den Tiefen hervorgekommen, aus Depressionen und all so ein Zeug, arbeitslos. Und wir haben gebetet. Und ich sagte, okay. Aber plötzlich kam es. Und es kam in einer Art und Weise, wo es anfing, nicht mehr zur Gemeinde zu gehen, keinen Kontakt mehr mit Glaubenden zu pflegen. Und dann dieser Satz, nun, ich komme mal, wenn ich Zeit habe. Ich habe dieser Person es direkt ins Gesicht gesagt, ich habe gesagt, du hast keine Zeit, nicht zur Gemeinde zu kommen. Du hast keine Zeit, nicht zur Gemeinde zu kommen. nicht ins Wort zu gehen. Denn das ist es, was dein Leben ja gerettet hat. Und man wusste klar, dass das nur eine Falle war. Und es hat eine Weile so dann angedauert. Aber ich sage euch was. Die Vergnügungen und Begierden dieser Welt werden schließlich und endlich all ihren Geschmack verlieren. Und dann kommt das Problem wieder auf. Oh, don't tell me that's not true. There's people that are very, very rich that take their lives all the time. Sag mir nicht, dass das nicht stimmt, denn es gibt die Fälle von ganz, ganz reichen Leuten, wo es immer wieder passiert, dass sie sich selbst umbringen. Weil sie an den Punkt schließlich und endlich kommen, wo ihnen klar wird, dass all das, was sie haben, sie nicht glücklich macht. Mein Pastor hat mal gesagt, und er hat Folgendes gesagt, Pastor Bob Jan Jan hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, kauf dir ruhig ein neues Auto und trete eine Beule rein, sodass du über diese Versuchung drüber wegkommst. Und mir war natürlich klar, dass er das nur zu Illustrationszwecken gemeint hatte und nicht wörtlich gemeint hat, sondern dass er halt den Punkt einfach klar machen wollte. Denn ganz egal, was du dir anschaffst, schließlich und endlich wird die Herrlichkeit verblassen und es wird eben nicht mehr den Zweck haben und die Wirkung haben wie am Anfang. Und dann hast du all deine Zeit und all dein Vermögen aufgebracht, und hast sozusagen die ganze Welt gewonnen, aber deine Seele verloren. Verstehst du das? was heißt? Es heißt, und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. und es wird unfruchtbar, also das Wort wirkt nicht mehr und andere Dinge kommen hoch und wirken. dann Vers 20 und sag mal deinem Nachbarn, weil du das lernst, was du heute Abend lernst, nämlich die Strategien des Feindes zu entlarven. Ich habe diese Verse nicht geschrieben, Sag mal deinem Nachbarn, dass ich das nicht geschrieben habe. Sondern Gott redet hier. Amen. Versteht ihr? Amen. Es heißt also in Vers 20, und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig, guter Erdboden, guter Boden. Du bringst das Ganze dahin, dass es wirklich Frucht bringt. Und nur weil du vielleicht 30-fältig hervorgebracht hast, heißt das nicht, dass nicht noch mehr drin steckt. Und wenn du bei 60-fältig angelangt bist, preis dem Herrn, da gibt es noch mehr. Mehr. Wir wachsen ja. Es geht um wachsen. Babyhut, Childhood, Adulthood, growing. Babys sein, Kindheit, Teenager, Alte, Erwachsen werden, wirklich aufwachsen. Mehr Frucht. Halleluja. Halleluja. Nicht schwächer, sondern stärker. Halleluja. Sag mal jemand, was hier heute Abend. Geht damit zurück zu erstes Buch Mose, Kapitel 3. Wir machen schnell fünf Minuten Pause und dann komme ich zurück und dann werden wir bis 20.30 Uhr hier sein. Und dann werde ich dann Teil 2 davon geben. Amen. Amen. Also kurz fünf Minuten Pause. Halleluja. Halleluja. Amen. Hallo, hier ist Mark Irvin, Gründer und Präsident des Dienstes von From Faith to Faith to the Nations. Und ich bitte dich, ein Partner mit uns zu werden. Deine Partnerschaft auf monatlicher Basis hilft uns, in die Nationen zu gehen, überall in der Welt. Wir sehen Menschenmengen errettet und geheilt und Gott bewegt sich in mächtiger Art und Weise. Die Türen öffnen sich weiterhin. Und jetzt starten wir Grundlagenbibelschulen. Aber es braucht Finanzen, um durch all diese Türen zu gehen. Und das ist es, was dein monatliches Geben tut. Wenn du also Partner mit uns werden möchtest, dann gehe auf den Link, der auf dem Bildschirm gezeigt wird. Und ich möchte dir ganz persönlich Danke sagen für deine Unterstützung.